Hallo zusammen! Das ist eine große Herausforderung. Yuki Okadeyama hat seinen Frontspoiler verloren. Ein Dreher in Streckenabschnitt 3. Achte auf die gelden Flaggen. Alessandro Zanardi hat seinen Frontspoiler verloren. Garicello hat sich seinen Heckflügel abgerissen. Stand ready. Ist ausgeschieden drüben im Streckenabschnitt 3. Zero. Steht an der Box bereit. Du bist jetzt 13. Die Runde ist 13. Die Runde ist 15. Die Runde ist 15. Die Runde ist 15. Untertitelung. BR 2018 Lumber Ist jetzt siebter, etwa fünf Sekunden vor dir. Du bist jetzt achter. Das ist die letzte Runde, nicht anhalten. Hero Steht an der Box bereit. Lumber Das war's für heute. Hat seinen Front-Spoiler verloren. Genau. Hat der Fähnen gewonnen. Gut gemacht. Du bist Zweiter. Verweepi. Wurde Dritter. So, das Rennen ist vorbei. So, das war's für heute. So, das war's für heute.